hallo und herzlich willkommen zurück zu sky fabrication 3 minecraft ja nachher sowieso noch ein bisschen mehr quats drei stück kriegt man daraus das ist echt wenig ein kleines spiel aber wenn man machen muss weil immer durch wir müssen redstone auf jeden fall erstmal herstellen weil wir wollen ja eine monster verbrauchen redstone bitte wo kriegen wir jetzt raus extraktinator möchte ich wissen habe ich nicht gesagt dieser litte diamant und das okay einmal und dass das haben wir noch das war jetzt so das war auch jetzt so das ist auch jetzt das ist davon brauchen wir auf jeden fall ein paar mehr das heißt wir müssen hier vorne eigentlich die alle weg machen mal kurz lichter hinten verbreiten und denn das alles ausleuchten da alles hinsetzen und hier vorne denn vielleicht auch so ein paar erst noch mal politiker brecker und dann können wir da vielleicht auch die haben ein schwer darin machen das wäre doch mal nice ich weiß gar nicht wie viele brauchen wir denn noch vier fünf stück wir auf jeden fall oder überall hebel dran wenn die sozusagen nach vorne getrieben könnte eventuell klappen machen wir gleich zwei drei stück davon 1 und 2 dann machen wir noch eine steinspitzhacke so und da toll drei stück dann brauchen wir dir mann ach das denn läuft supi dupi supi dupi oh einfach los nice und wir machen wir alles alleine und ich spiele die ganze rum das wird immer besser das habe ich jetzt so brauche ich bei die da noch nicht hin und ja mannschwerter haben wir niemanden dass wir die gewahrt haben mal drei stück brauchen wir auf und und ich habe gar keinen platz mehr ich habe doch keine rei bücher könnte rein das kann im moment alles rein brauchen wir sowieso gerade nicht das kann man nicht das kann und das kann da rein und das kann da rein so und noch einschwert dass ich dann viel gleich beschwerden dass wir gar kein welche russische nö nicht einfach irgendwelche wobei ich kurz die nase putzen ach ja da so wir müssen das denn alles da drinnen ausleuchten das ist aber viel auf einmal ja kommt gut hier ach nee warte mal haben wir hier eine redstone clock haben wir die eigentlich müsste die bei war die nicht bei tinker sogar mit dabei redstone wo ist das redstone simularität okay der einfache redstone clock mal zur redstone er ziegel redstone redstone timer okay ist noch nicht das was ich jetzt gesucht habe wofür ist das ding im bett keine ahnung wofür das ist ist der timer weil es wird mit dem receiver tunnel spawner mit dem kontakt der term block okay oh kürbis und latine ok gut ach so das sind die ganzen kompressteile ich habe keine ahnung was kann man denn nochmal nehmen ich würde jetzt mal die timer sagen oder ich würde jetzt mal den timer ausprobieren ob das geht quats block ah könnte eventuell ein bisschen oder oh ne doch ja mein bauch grummel die ganze zeit ich weiß nicht ob man das hört äh timer ach das fehlt aber alles an allen und jedem fehlt das gerade wir brauchen eindeutig mehr redstone dafür brauchen wir eindeutig mehr dust und hammer habe ich noch kies brauchen wir jetzt erstmal kies 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 vom kitä kie kie k k da egal ich bin ganz völlig voll gefressen ich kann die leider gar nicht essen dann haben wir jetzt haben wir es sind haben wir schon mal so machen wir uns das mal schnell dass ein bisschen das natürlich zu viel und da und jetzt haben wir dass wir zu schießen ja genau das scheiß gold stiefel der fall oder kloster und ich weiß immer für kloster gebraucht haben aber auch muss mich zu schießen da war viel drüben ich weiß dass wir daraus dass wir machen nach ich glaube für die immer die teile dafür war mit kloster und gebraucht wenn mich alles täuscht wir wollten eine wetze und heimat machen das wollten wir gerade so davon brauchen wie drei stück davon aber stein und ja wir machen uns leider das und wir brauchen auch noch stein raus dann machen wir mich schon mal ein bisschen vor arbeit natürlich natürlich da ist man damals so zack jetzt haben wir sand eigentlich könnte man das sogar so machen dass das sogar alles relativ automatisch läuft oder bis auf das 7 das muss man denke ich selber machen aber du kannst das ja so hintereinander schalten natürlich geht das unbedingt kaputt das heißt natürlich wieder alles weggeräumt so so supi dupi das machen wir gleich zwei oder das ist das ist auch schon automatische liebe das ist strom oder so was sollte das dass wir könnten ja mal ihr weg ja ich frage da haben wir den gast so normales durchjagen hier noch mehr so automatische siebe da muss ich ja noch mal kurz nachgucken ob wir die umgekriegen was das ist sowas gibt ich weiß aber nicht ob es in dem moment ist ich hoffe dass die glocke funktioniert haben es dann jetzt bald stück ist es auch nicht gerade so viel konnte man etwas anderes bei den kaufen aus das sieht sonstiges ich wollte nach sieben gucken tatsächlich gibt es kein automatisches sieb ich hatte die hoffnung ich hatte die hoffnung dass das irgendwie da ist aber das ist vielleicht über sie ist auch gerade die hoffnung automatisch automatischer empel gold auto experience op vakuum automatischer kürzelt hört sich doch schon mal kürzelt 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 ist das so witzel kürzelt 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 automatische wer automatisch kürzelt kürzelt christi er Kommt alle her! Hierher! Geht alle tot! Müssen wir mal kurz gucken. Wer wird das denn hier am besten machen? Noch ein paar mehr Fans. Vielleicht ist das hier auch einfach zu lang. Müssen wir vielleicht auch noch mal gucken. Aber wir warten jetzt mal die Nacht ab und dann müssen wir da sowieso erstmal über ein Lichtchen machen. Würde ich sagen. War ich nicht. War ich einfach nicht. Nichts gehört, nichts gesehen. Ach, wir wollten ja Dings machen. Äh, Steiner. Äh, Redstone. Hup! Redstone. Redstone Time. Drei Stück. Ähm. So, 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 so. Und Quarz. Was? Nein, das war der Falsche. Ach, halt. Füße. Ich hab an den Falschen gedacht, Mann. Äh. 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 Na, irgendwann brauchen wir den auch wieder. Da. Gucken wir mal rein, kurz. Gucken wir mal rein, kurz. Gucken wir mal rein. Oh, mit uns scheint. Das heißt, wenn ich den jetzt da hinstellen würde. Gucken wir mal rein, kurz. Gucken wir mal rein. Gucken wir mal rein. Gucken wir mal ein Blöck. Ich hab das super. Ich hab das super. Nein! Es ist so warm. Aua! Oh! Oh Mann! Wo bin ich denn? Ich wollte nur umbauen. Oh! Wisst ihr was? Das ist eigentlich auch ganz gut. Haben wir hier nur eine Axt. Dann müssen wir sowieso umbauen. Dann machen wir hier mal ein bisschen frische Luft rein. Hallöchen, Puppechen! Was bist du denn? Oh! 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 Ich hoffe, mich die ganze Zeit zu erschießen. Das ist echt nervig. Ja. Schon herkommen, wenn ihr mich haben wollt. Mhm. So. Jetzt haben wir das erst mal. Jetzt kann der hier weg. Der 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 kann der hier weg. Ja. explodiert doch ruhig. Das ist echt problematisch. Nein! Jetzt haben sie auch noch... Ich sag einfach nichts mehr. Ich sag nichts mehr dazu. Egal. Ist mir egal. So. Ich muss die mal kurz ein bisschen umbauen hier. Ein bisschen zumindest. Ich weiß gar nicht, ob das so gut ist, dass sie so einen langen Weg haben. Also, dass man das irgendwie ausnutzt. Das ist schlecht. Das ist mehr als nur schlecht. Den kann ich da mal reinschmeißen. Das wird das vielleicht sogar alles nach vorne holen. Okay. Wir machen das sozusagen hier vorne hin. Weil ich gar keinen Platz mehr habe. Oh Mann, ey. Das ist echt frustrierend. Wir machen die Sachen raus. Und dann machen wir das. Auf jeden Fall. Das ist eigentlich ein Vierer. Das ist richtig wenig. Wir machen uns Eisenteile. Wir machen uns Eisen. Wir machen uns Eisen. Wir machen uns. Aber wir haben hinten ja noch ein paar Kisten. Ah, Kisten. Kisten. Da war die Kisten. Da war die Kisten. Subbedobb. Hier haben wir noch ein bisschen Eisen. Brauchen wir auf jeden Fall. Oh, warte mal. Wenn man die da unterstellt, könnte das sein, dass die sogar rausgesogen werden. Ah. Mal gucken, ob das klappt. Also, ich brauche auch noch Kissen. Ich brauche noch zwei Kisten. Ich brauche noch zwei Kisten. Zwei Kisten. Zwei Kisten. Hä? Ach komm. Das ist ja nicht mein fucking ernst. Wenn ich die jetzt da rein mache. Oh. Das funktioniert so nicht. Ach. Da hast du dran gelandet. Das ist jetzt scheiße. Aber den habe ich noch gekriegt. Ui. Ui. Au. Au. habe ich beide gekriegt ja ich habe beide gekriegt das so funktioniert schon mal nicht dann müssen wir das einmal anders umplanen dann müssen wir das anders planen ich brauche nur ein bisschen holz müssen wir noch einmal gucken dass wir das irgendwie hinkriegen ich glaube ich mache hier erstmal zu daneben runterpuzzeln runterpuzzeln ist scheiße haben wir noch Platz nein das sterben die mit machen zwischen dd 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 eine kiste haben wir tatsächlich wieder gekriegt sehr schön da hinsetzen machen wir noch eine kiste weil es so schön ist dann brauchen wir 1 2 3 ich habe jetzt wieder runter und wollte nur mehr holz weil ich einfach anscheinend ich plan kann wie ich das machen muss noch mal drei kisten 3 3 kisten die da rein 1 2 3 1 2 3 1 2 3 zack drei trichter müssen wir zusehen dass wir das hier einigermaßen dann muss das da raus 1 2 ja gut hier brauchen wir noch gar nicht na gut wir können ja auch erst mal zulassen so lieben das war erstmal diese folge wir sehen uns denn in der nächsten tschüss 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 tschüss